So Volkov fährt im zweiten Gang die ganze Zeit wahrscheinlich damit ich nicht irgendwo hängbleiben Ich hab's versucht Bleib im Stadtteil Liegen wir den Golf man Nein Ich hab's verliegen sehr öfters vom GAS gehen Ja 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 Wenn sie alle am Konzentrieren sind, die totale Stille, ey. Möchtest du nicht verlieren, deswegen? Wer will das schon? Bisher hat noch keiner abgeflogen, es hat noch keiner angefangen zu fluchen. Ich hab schon ein Reset gebraucht. F***! Bonjour Monsieur! Nein, ich bin von der Brücke. Oh, f*** du, f*** du, f*** du, f*** du! Oh, Hammer, gute Zeit. Oh, ich bin der Erste. Oh Gott, war das Schausch! Die ganze Zeit fehlerfrei gefahren, dann haben wir uns in jede Wand. Ja, genau. Das Geilste ist echt Bonjour Mission, ich bleibe bei der fucking Brücke hängen. Hahahaha! Und ich guck grad noch dahinten, du so BÄM voll davor, ich so HÄH! Stillstand! Oh Gott! Oh Gott!